Mit Reliefmaschen können Sie Ihren Häkelarbeiten interessante Strukturen verleihen, etwa Zopf-, Rippen- oder Korbmuster. Die Reliefmaschen arbeiten Sie wie normale Häkelmaschen, stechen aber nicht unter den oberen Maschengliedern ein, sondern führen die Nadel um den Maschenkörper herum. Vordere Reliefstäbchen bilden erhabene Maschen auf der Vorderseite der Arbeit. Beginnen Sie die Reihe mit zwei Wendeluftmaschen, die nicht als Maschen zählen, sofern in der Anleitung nichts anderes angegeben ist. Für das erste vordere Reliefstäbchen nehmen Sie einen Umschlag auf die Nadel und führen die Nadel von rechts nach links hinter dem ersten Stäbchen der Vorreihe herum. Fassen Sie den Faden und ziehen Sie ihn um das vertikale Maschenglied herum, sodass nun drei Schlaufen auf der Nadel liegen. Beenden Sie das Stäbchen wie gewohnt, indem Sie den Faden fassen und durch die ersten zwei Schlaufen ziehen, dann nochmals den Faden fassen und durch die letzten zwei Schlaufen ziehen. Dann bilden Sie erneut einen Umschlag und führen die Nadel von rechts nach links hinter dem nächsten Stäbchen der Vorreihe herum. Fassen Sie den Faden mit dem Haken und ziehen Sie ihn um das vertikale Maschenglied herum, so dass erneut drei Schlaufen auf der Nadel liegen. Beenden Sie das Stäbchen, indem Sie den Faden fassen und durch die ersten zwei Schlaufen ziehen. Dann nochmals den Faden fassen und durch die letzten zwei Schlaufen ziehen. Dann nochmals den Faden. Du bist nur schlaufen und durch die ersten Schlaufen gehen. Und das gilt nicht zu wissen, dass Sie den Faden fassen und für die ersten flowen genesen sind. Dann nochmalsien Sie den Faden. Hier müssen Sie den Faden hin Googleistical und wohlst organsك secondo meiner Meinung sein. Die Zukunft sieht aus wie die 어떤 Luther Lou Ferr Gina, indem Sie den Faden darum gehen. Am Ende der Reihe haben Sie vordere Reliefstäbchen, die auf den Stäbchen der Vorreihe aufliegen und damit für die erhabene Struktur sorgen. Hintere Reliefstäbchen sorgen dafür, dass die Masche der Vorreihe leicht nach hinten gezogen wird. So sind die Maschen auf der Rückseite der Arbeit erhaben, während die Maschen auf der Vorderseite in einer Linie auf den hinteren Reliefstäbchen liegen. Beginnen Sie die Reihe mit drei Wendeluftmaschen, die als erstes Stäbchen zählen. Legen Sie den Faden hinter die Stäbchenreihe, damit er leichter zu fassen ist. Dann bilden Sie einen Umschlag und stechen zwischen den beiden ersten Stäbchen von hinten nach vorn ein. Führen Sie die Nadel vor dem vertikalen Maschenglied des Stäbchens der Vorreihe von rechts nach links und wieder nach hinten. Falls nötig, können Sie das Stäbchen mit den Fingern leicht nach hinten drücken. Dann fassen Sie den Faden, ziehen ihn durch die ersten zwei Schlaufen, fassen den Faden nochmals und ziehen ihn durch die letzten zwei Schlaufen, um das erste hintere Reliefstäbchen zu beenden. Bilden Sie wieder einen Umschlag und stechen Sie von hinten nach vorn zwischen den nächsten beiden Stäbchen ein. Führen Sie die Nadel vor dem vertikalen Maschenglied des Stäbchens der Vorreihe von rechts nach links und wieder nach hinten. Dann fassen Sie den Faden, ziehen ihn durch die ersten zwei Schlaufen, fassen den Faden nochmals und ziehen ihn durch die letzten zwei Schlaufen, um das zweite hintere Reliefstäbchen zu beenden. Wenn Sie in einer Reihe abwechselnd vordere und hintere Reliefstäbchen arbeiten, entsteht ein hübsches Rippenmuster. Das Rippenmuster wird noch elastischer, wenn Sie es mit vorderen und hinteren Reliefdoppelstäbchen häkeln.